Ich mache für euch heute das Einboxing meines neuen Lenovo Sektors. Hier zum Auspacken. Kampfen auf, dass ihr das seht. Bleiben zu hoch. Ich denke, ich koche es hier aus und muss auch selber einmal darin. Wir müssen den Urlaub transportieren. Schauen wir mal, was noch in dieser Schacht ist. Karte. Werbung. Telefonlist. Werbung für Premium Support. Der Kasten. Anleitung zu sich auf eine Verwaltung. Ein Begleis zur Arbeit. Ein Begleis zur Arbeit. Ein Begleis zur Arbeit. Ein Begleis. Und ein Begleis. Ein Begleis. Solchere. 0-0-0-0. Das ist ein sehr gefährliches, nicht auf euch sehen, leider nicht schwer, aber es fühlt sich sehr wertig an. Wenn ihr hier ein Lautsprecher hört, dann ist alles glatt. Jetzt werde ich einmal die Stromversorgung herstellen, dann geht das Video weiter. Nun dürft ihr mir quasi beim ersten Start des neuen Rechners über die Schulter schauen. Die übliche Einrichtung beginnt, es ist aber alles schon richtig voreingestellt. Jetzt gebe ich mir die Lizenzbeziehung zu. Internetverbindung herstellen. Das ist ein Spritbox. Der Schlüssel ist eingegeben, ich drücke auf Weiter. Xpress-Einstellungen verwenden. Noch ein paar Bestätigungsschritte. Ich habe per E-Mail einen Code empfangen und drücke jetzt auf Weisung. Hier soll ich den PC einrichten. Ich soll hier ihr PC einrichten. Ja, das kann ich den PC einrichten. Ich soll hier einen PC einrichten. ein paar sachen müssen noch erledigt werden. apps werden vorbereitet. fast geschafft. schalten sie den pc nicht aus. endlich ist es soweit. der schrapplöcher ist erschienen. auch der fachlöcher scheint zu funktionieren. Windows 8 OS auf C, 157 GB frei von 195 GB, Lenovo D, 22 GB frei von 24,9 GB. installierte software, photo director 3, cyberlink power director, 10, dolby digital plus home theater, work and assistant, energy manager, Lenovo Blueboos, usw. ich will euch noch den ersten Neustart zeigen. wird neu gestartet. touchbedienung ganz links die stromversorgung, dann netzwerkbuchse, hdmi und zweimal usb. noch mehr anschlüsse, wieder usb, kappen, geläseslot, kopfhörer und sound eingang. die rückwanzig. von vorne. die rückwanzig. die rückwanzig. die rückwanzig. die rückwanzig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020